Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, ähm, Infovideo, eigentlich ja schon Infovideo, ähm, ich werde jetzt meinen, so ich habe meinen Account jetzt schon geändert, vielleicht ist das schon Leuten aufgefallen, ich habe mich umbenannt in Metis und habe halt auch das ganze hier Interface schon, so halt, äh, das ganze Bild hat sowas schon zu Metis geändert und so, ähm, weil ich einfach, den Namen Krise, das habe ich, also habe ich halt vorher gehießen, weil es mir aufgefallen ist, ähm, da habe ich, also, habe ich mir einfach gedacht, ich habe jetzt, habe ich jetzt überall einfach Metis genannt, also auch in Smite und, äh, jetzt auch auf Steam und überall in vielen anderen Spielen auch schon und auch in Let's Plays und da habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn ich, ich halt, äh, Metis, weil, ähm, ich glaube, Krise kann man jetzt, also, äh, jetzt aus soem Sinn, Krise kann man, glaube ich, auch nicht so gut finden, weil wer gibt schon Krise ein oder, ähm, wer gibt schon Metis ein, warte, ich kann es ja kurz ausprobieren, M-E-T-H-E-S-T Äh, hier, hä, wieso, nur, nur ein Video von der Moria, das ist traurig, Hä, warte, wenn ich mal filtere, äh, heute, beziehungsweise, äh, gesamte Zeit, heute weg, wenn jetzt filtere in, ähm, Kanäle, Wieso, wieso die, hab ich doch richtig genannt, oder? M-E-T-H-E-S-T, ja, hab ich, komisch, aber egal, egal, das wollen wir uns jetzt nicht, ähm, versauen lassen, äh, das wollte ich einfach noch ankündigen, ich habe mich jetzt Metis genannt, ich halte das schon in ganz vielen Spielen so und jetzt auch Oreos hat davor gestanden, dass ich mich vielleicht umbenenne, weil, ja, Metis halt, weil man sich, an Metis kann man sich viel besser gewöhnen, beziehungsweise an Metis kann man auch viel besser aussprechen als Krise, also, wie soll man Krise aussprechen? Oh, nee, mit IE, wie soll man das aussprechen? Voll schlimm, ha, ja, ja, ich, es gab keine Richtigkeit, also, es gibt schon einen Grund dafür, ich kann mich jetzt mit, ich kann mich mit Metis irgendwie, ähm, besser, wie heißt's, besser identifizieren jetzt sozusagen, ähm, das wollte ich einfach nur ankündigen, kündigen, deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Display, was heute noch kommen wird, heute, es kam heute noch kein Video, meistens habe ich ja um 12, am Wochenende lade ich meistens wieder, und zwar veröffentliche ich Videos um 12, aber habe ich heute irgendwie nicht hinbekommen, deswegen werdet ihr, glaube ich, spätestens um 18 Uhr ein Video sehen, und deswegen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, oder nächstes Mal, tschüss.